Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den MIGA Gaming Tisch. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zockertisch für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Gamertisch werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Was ist überhaupt der Vorteil von so einem Zockertisch? Was soll dieses Möbelstück eigentlich bezwecken? Nun ja, du hast bestimmt schon viele Videos von Gaming-Zimmern gesehen. Die gehen in letzter Zeit häufig viral, wo alles halt wirklich im modernen Gamer-Stil eingerichtet ist. Und ein Gaming-Tisch hat da meistens auch seinen Platz. Wozu? Hier werden meistens die Desktop-Monitore drauf positioniert. Und unten steht dann halt zum Beispiel der oder stehen auch mal mehrere Desktop-PCs. In der Hinsicht also durchaus ein wichtiger Bestandteil des eigenen Gaming-Raumes. Ich meine, auf was für einem Tisch du dein Zocker-Setup aufbaust, ist natürlich dir überlassen. Aber so ein Gaming-Tisch kann doch auch einige Vorteile mit sich bringen, weil es hier zum Beispiel auch eine Konsolen-Halterung, einen Getränkehalter, eine Kopfhörer-Halterung und noch einiges mehr gibt. Hier auch RGB-LED-Beleuchtung. Ein Thema, was in Sachen Gaming-Zimmern zum Beispiel auch sehr beliebt ist. Und ja, preislich würde ich ihn so in etwa ins Mittelfeld für Gaming-Tische dieser Größenordnung einordnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich der passende Zockertisch ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Gamer-Tische auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Stabil, sicher und vielseitig anwendbar. Das ist durchaus sehr wichtig. Kopfhörer-Halterung und mehr. Was haben wir noch? Carbon-Tischplatte. Die Oberfläche der Tischplatte ist wasserabweisend und in einem sportlichen Carbon-Design gehalten. Das kann man auf jeden Fall optisch ansprechend finden. RGB-LED-Beleuchtung. Ja, wie bereits gesagt, das ist so ein Thema, was bei Gaming-Zubehör irgendwie häufig am Start ist. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ist immer eine Geschmacksfrage. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Ich finde, dieser Mega-Gaming-Tisch braucht sich preislich nicht zu verstecken. Würde ich so ungefähr für die Größenordnung preislich ins Mittelfeld einordnen. Ob du jetzt sagst, das ist für dich der passende Zockertisch oder nicht, das ist wahrlich deine freie Entscheidung. Meiner Einschätzung nach ein faires Angebot. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Zocken. Alles Gute. Ciao. 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 Ciao.